So, es geht 3 zu 1 für den TPSC. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. 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 Wir wollen den Applaus für unsere kleinen Jungs hier, die heute das Paket nehmen. Die gehen sich für. Die gehen sich für. Und er ist dort, massiert. Die meisten Missgaben sind in 12, sind seit 15. Und da scheitert Julia Hützler, Amteiler-Klossin-Sein, Meister auf Sieg, sind zwar 6 zu 12. Und weiter geht's mit der Nummer 2, an der Vorsatz. So, nächster Volltreffer, Sterliner SC, 13 zu 6. Und weiter geht's mit der Siegel-Patrizia Donner. Und den macht sie mit Kravur. 14 zu 6, Stabiler SC. Der Ball ist raus und kein Glück. Kann ja nur das sagen, was die Schiedsländer zeigen. 15 zu 6, Sterliner SC. Und der nächste Punkt geht aber zu der Geste. Sitzheim. Sitzheim verkürzt. 7 zu 15. Weiter geht's mit der Elf. Nostalija Davitsch. Nostalija Davitsch. Und das geht ganz schnell nach außen. Und der erste, Christian Kasperski sagt Dankeschön. Zweite technische Auswahl. Time out. Vielen Dank.